Die Battle Mania Champions League wird euch präsentiert von Dangerous. Was geht ab Leute da draußen bei Livestream.hiphop? Ihr könnt das Ganze hier live mitverfolgen. Das aller allererste BMCL Titelmatch, das wir ausrichten. Und es wird sicherlich nicht das letzte bleiben, aber das hier ist erstmal das allererste. Und wir haben hier Giganten heute auf jeden Fall am Start. Und natürlich, wie es sich für so einen Titelmatch gehört, muss es entschieden werden. Dafür haben wir auch heute Judges. Ein Gremium von fünf kompetenten Leuten, die auf jeden Fall über jeden Zweifel haben sind, was Rap und Battle Rap angeht. Bitte begrüßt unser heutiges Gremium. Tearstar, Drop Dynamic, Lyriko, Mike Fiction und Morlock Dilemma. Und natürlich in der ganzen Arbeit in der BMCL wäre auch dieses Match nicht möglich gewesen ohne unsere Battlescouts. Machen wir lernen für Tearstar und Gian. Berlin, ich kann es kaum abwarten. Wie ist es mit euch? Freut ihr euch auf dieses Match? Ich kann euch nicht hören. Freut ihr euch auf dieses Match? So sieht es aus. Neben dem Gewinn von 1000 Euro, danach der bestbezahlteste Rapper, gibt es noch diese fette Kette hier. Macht mal Lärm für dieses Match und für Mighty Moe und Zynik. Ordentlich, ordentlich auf jeden Fall. Tearstar. Ich habe nur eins zu sagen. Titelmatch! Macht mal Lärm! So. Ich habe nun die Ehre, die MCs auf die Bühne zu bitten. Und wenn die gleich einlaufen werden, hier ist schon die Gasse gebildet, möchte ich auf jeden Fall, dass sie richtig ordentlich Lärm macht. So wie es sich gehört in so einem Titelmatch. Der MC, der als erstes einläuft, wird sich auf diese Seite stellen. Seine Homies sind alle schon am Start. Ist ein großartiger Rapper. So viele Battles habe ich schon von ihm gesehen. Aber der hat immer abgerissen. Er ist nicht ohne Grund heute hier. Machen wir Lärm für Mighty Moe! Yeah! Soll ich was sagen? Was geht ab Berlin und alle, die angereist sind? Leute, ey! Dass ich die Scheiße heute gewinne, ist klar. Aber vorher habe ich zwei Fragen. Erstens, Junge, sind ihr heute Fans von Zynik am Start? Ja! Und zweitens, wer von euch wünscht sich, dass ich Zynik begrab? Ah hey, ich wollte nochmal sehen, ob ich ein paar Gewinnchancen habe. Und sein Gegner, auf jeden Fall hat er auch eine absolute Siegesserie hinter sich in der BMCL. Deswegen hat er hier heute seinen Titel-Match. Machen wir Lärm für Zynik! Dankeschön, 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 Alter. Überragende Kulisse. Ihr wisst, wie die Scheiße ist, Alter. Genießt die Scheiße, Alter. Genießt die Scheiße, Alter. Rapper Mittwoch, Battle Mania Champions League. Rap oder Stöhn? Lass mal hören, Baby! Zynik soll anfangen. Seid mal jetzt alle ruhig. So. Herzlich willkommen in der Battle Mania Champions League. Mein Name ist Zynik. Ich bin ein Exot, ein Genie. Ich bin der motherfucking Goat dieses Spiels. Und auch ohne den Floh, ein Todes-MC. Ich bin zu groß für den Freak. Und das ist der Doof, der denkt, der holt dir den Sieg. Und obwohl der Idiot auf die Krone hier schielt, holt sich der Pisser die Kohle so nie. Ich ermord den so mies, dass man's ohnehin in sämtlichen Chroniken liest. Und nach dem Battle steht und fleht er wehmütig, gedemütigt, ohne Esprit. Der sieht heute nach drei Runden so scheiße aus, dass er sich selber fragt, warte, 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 warte. Bin ich jetzt mal die Mode-Pi? So. Willkommen in meinem Wohnzimmer, du Hurensohn. Ich packe hier die Füße auf die Couch. Und egal wie wack meine Punchlines sind, anscheinend feiern die Leute sowieso alles, was ich sage. Ich bin der Liebling bei der Crowd. Denkst du wirklich, ne? Dicker, zum Teufel. Keiner braucht mich zum Gefühl, 20. Mai siegen zu sehen, außer meinen Hardcore-Supportern und meinen Freunden. Und sobald ihr irgendwann mal ein richtiger Affe eine mittlere, krasse Punchline gegen mich rausbringt, jubelt ihr die Meute. Dicker, ich bin nicht Bonk-Taggy. Ich mach seit drei Jahren kein einziges Mal auf sympathisch. Die Leute feiern meine Lines, schreien auch mit, aber am Herzen, der kleinste Teil mag mich. Dicker, sieg und liest doch mal die Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Chance, mich zu ficken, war noch nie so groß wie heute. Aber Dicker, check mal die Lage. Checkst du, was gerade heute Abend passiert? Dass ein Comedian, der nicht rappen kann, gegen den letzten Mann, der im Battle-Rap authentisch die Straße repräsentiert. Hammerkrass! Rap am Mittwoch-Team, Kameras, die Ekstase im Raum. Raffst du das? Jeder, der Hip-Hop liebt, drückt dir gerade die Daumen. Aber Daumen drücken bringt nichts. Du Spass, die wirst geradezu mies zerstört. Du Krüppel und deine Verwandten. Du hörst heute Sachen, die hast du noch nie gehört. Und ich mein nicht sowas wie Glückwunsch, die haben bestanden. Ja, weil ich dich punchleimäßig voll in den Boden stampf. Dicker, ich hab Bilder von deiner Hochzeitsfeier gesehen, Alter. Walking Dead Totentanz. Ey, hör mal zu, hör mal zu. So, gell? Der in einem Anzug. Ey, wisst ihr, wie der im Anzug, der in einem Anzug, als hätte man einem vorbestraften Schulabbrecher einen unwichtigen Geschäftstermin vermittelt. Seine Frau im Kleid, als hätte sich an Weihnachten der Hund beim Spielen aus Versehen in billiges Geschenkpapier verwickelt. Dicker, ich rost deiner Frau einen Stern auf die Titten. Reißt der Sau das Herz aus den Rippen. Die bläst dir ein. Tatsache, sie will zwar keinen Spaß machen, hat dabei aber immer einen Scherz auf den Lippen. Verstehst du? Ja, ja. Deswegen, die kann mit dem Kopf nicht glücklich sein. Die kann auch mit dem Kopf nicht glücklich sein. Deswegen stript die doch jeden Mittwoch noch mit dem Minirock vom Flüchtlingsheim. Ja, Mann, Alter. Und Mai Timo hört am liebsten Tupac und Schild. Alles ist super. Die Mutter am Grill, kleine Tochter am Toben, unfassbar wild. Die ist mittlerweile über ein Jahr alt. Sieht aber immer noch aus wie auf dem Ultraschallbild. Und ich kann euch ja sagen, warum die so aussieht. Wollt ihr wissen, warum die so aussieht? Ja! Alles gut. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren hat Malti Mongo, der Polo, mal wieder fett vom Ott, seine Olle, den Gollum, die fette Sau, weggehauen, weggenockt, weil er gerne Reste poppt. Doch diesmal hat er sich echt verzockt, denn gar nicht, fromm wie die Lämmer, bevor es ihm dämmert, hämmert der Penner noch schneller und länger da rein. Schwängert das Schwein. Zukunft direkt verbockt. Und neun Monate später ging es an die Täter und die Ärzte in Schock, denn die Fotze von der asozialen Fettscherbracke sieht aus, als hätten sich zwölf Kanacken das letzte Mal 2011 gewaschen. das letzte Mal 2011 gewaschen. Sechs Becksflaschen weggemacht, Crack und Pepp genascht und dann rein in die anormale Drecksbaracke. Was jetzt, du Schmuck? Mann, guck, weg, du Flop. Guck mal, wie der Kek hier hofft, dass ich jetzt hier stopp, aber ich fick den nochmal lyrisch kurz anal. Seine Tochter war damals gerade auf dem Weg durch den Geburtskanal. Noch nicht ganz draußen ist das Kind am Jauchzen, weil die Fotze aus der Asozialen das hessische Dreckskind kroch, ätzendroch, ihr Leben fing gerade erst an. Aber ich meine das Wortwörtlich, wenn ich sage, sie pfiff schon aus dem letzten Loch. Time. Schöne erste Runde hier von Sinek. Kommen wir zur ersten Runde von Mighty Mo. Ja, also erstmal, wo du das mit meiner Familie ansprichst, muss ich erstmal sagen, ne. Bei meinem letzten Battle habe ich ja gesagt, ich bin jetzt stolzer Vater, aber mich änderte das Ganze nicht. Ja. Und ich gebe weiterhin keinen verdammten Fick. Aber das war nicht die Wahrheit. Und ich wünschte mir, ich könnte das zurücknehmen, doch ich kann es nicht. Verstehst du? Ich kann nur eins, ich kann nur sagen, Mia, mein kleiner Schatz, jetzt hör mal zu. Ich liebe dich, mein Kind. Ja. Und ich habe viel dumme Sachen gesagt und getan, aber ich weiß, du wirst mich trotzdem lieben, wie ich bin, weil ich bin dein Papa. Und du bist mein größtes Geschenk, mein ewiges Glück. Sei dir sicher, dass ich für dich sorge und dich und deine Mama mit meinem Leben beschütze. Und was auch immer einer über dich redet, was auch immer die Leute sagen, was auch immer einer sagt, merk dir eins, dein Papa liebt dich über alles und er ist immer für dich da. Hey, weißt du, äh, Digga, im Battle kann jeder über mich sagen, was er will. Verstehst du? Das ist genau mein Ding. Weil alles, was die Leute sagen, nehme ich direkt auf meinen Kinn. Aber ich will nicht, dass meine Frau und meine Tochter traurig sind, weil sie irgendwer benutzen, um mich zu verletzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. In Ordnung? Also hör nicht drauf, was der Affe da redet. Der labert nur Kack. Weißt du, denn im Gegensatz zu dir hat er nie einen richtigen Vater gehabt. Und nur genau aus diesem Grund fließt jetzt nicht aus seiner Nase Blut. Guck dir den Bastard an, Baby. Der Typ ist schon gestraft genug. Okay? Ey, das müsste ich mal sagen, Baby. In Ordnung. Seid ihr ready? Ja! Junge, es ist mighty. Yes! A.K.A. Cynics Murder. Junge, wenn ich mit dir fertig bin, wünschst du dir, du könntest die Zeit zurückdrehen wie der Prince of Persia. Weil jetzt durchlöchere ich deinen Behindikörper, als hätte ich in der Hand einen Neuner. Junge, ich trag zwar keine olympische Fackel, doch eröffne jetzt vor allem das verdammte Feuer. Weil du Spass machst mich krank. Aber wenn ich alles, was ich sagen will, sage, dann sprengt das das Programm. Also fass ich das Wichtigste jetzt mal in 30 Fakten zusammen. Okay? Bist du ready, du Knickauge? Na, dann hör mal gut zu. Eins. Du bist wirklich ein Hurensohn. Zwei. Junge, jeder weiß genau, dass hier ist deine Crowd und du gibst den Gedanken schon das Preisgeld aus. Aber scheiß was drauf, seht ihr das in Maidies Faust? Ich hab ganz andere mit dem Maik missbraucht als diesen kleinen Lauch. Junge, ich zerbrösel dich wie ein Bobelhasch zu feinstem Staub. Doch ich red bestimmt nicht vom Afghanen, wenn ich sag, dass ich den Schwarzen in der Pfeife rauch. Ja, das ist, was ich mach. Junge, diese Fakten bügeln diesem Affen jetzt die Afro-Locken glatt. Ratatatatat. Drei. Junge, dass ich die Rassistenkarte spiele. Das war niemals mein Standard. Aber als ich hörte, in den Vereinigten Staaten rollt die Polizei durch die Straßen und pumpt ohne Grund Blei in die Schwarzen, da hab ich für Szenen gleich eine Greencard beantragt. Okay, okay, okay. Vier. Du bist Abiturient und hast studiert. Deshalb fühlst du dich mir vom Verstand her überlegen. Aber ich sprech die Sprache der Straße, Baby. Und darüber kannst du nichts in Büchern lesen. Fünf. Junge, ich kann mehr als Pattern schreiben. Ich kann dir gerne mal den Asphalt des Ghettos zeigen. Da gibt's Action wie im Statham-Streifen und ich verspreche dir, deine Sprüche sind wie meine Eier, weil sie dir im Heise stecken bleiben. Sechs. Du bist ein zweitklassiger Comedian und als Rapper ein Stümper. Sieben. Alle glauben, dass du das Match gewinnst, aber keiner hält dich für den besseren Künstler. Acht. Rapper Mittwoch hat durch dich Pfeife viele Klicks, aber umso mehr Kredibilität eingebüßt und das ist einfach widerlich. Neun. Das Niveau hier ist proportional in dem Maße gesunken, in dem dein Hype gestiegen ist. Zehn. Würde ich wie du hier um die Ecke wohnen, gäbe es bei Ram hunderte von Leichen. Elf. Im Gegensatz zu dir und tausend anderen Dullis musste ich nicht erst in die Hauptstadt ziehen, um was zu erreichen. Zwölf. Den BMCL-Titel kannst du vergessen. Aber ganz bestimmt sollten irgendwelche Menschenrechtsorganisationen damit beginnen, Preise an dich zu verschenken, um deiner Leistungen zu gedenken. Ich meine, du bist ein farbiger transsexueller Komiker, der eine Brille trägt und ich glaube, so leicht schafft es keiner mehr, Minderheiten auf einmal zu repräsenten. Junge Akzente wurden durch dein Engagement ganz sicher gesetzt. Immerhin gibt's dank Cynic im Binu jetzt eine Toilette für das dritte Geschlecht. Dreizehn. Keine Sorge, auch ohne diese ganze Transennummer kommst du mir wie ein Riesentrottel vor. Ich hab nur eine Frage. Du bist eine Frau im Körper eines Mannes. Wenn ich dich heute töte, ist das dann ein Doppelmord? Vierzehn. Du bist ein Volldulli. Junge, du bist so ein Volldulli. Junge, wenn man im Wörterbuch unter Volldulli nachguckt, jetzt darfst du dreimal raten, dann findet man da überhaupt nichts. Das Wort ist noch nicht eingetragen. Aber wenn es da stehen würde, deutlich, unverkennbar und in klarer Schrift, dann wäre darunter ein Foto abgebildet von Pisek, der ein Shirt trägt, auf dem steht, ich verstehe die Frage nicht. Fünfzehn. Du bist ein Lutscher. Mochip hat meinen Namen gesagt. K1 hat meinen Namen gesagt. Lars hat meinen Namen gesagt. Irgendein Hurensohn hat meinen Namen gesagt. Junge, egal welcher Affe deinen Namen sagt, du wirst sofort daraus ein Video schneiden und es auf deinem Profil teilen. Zinnig, du ziehst dich nicht an Schwänzen hoch. Was du machst, ist an Eicheln zu free-climpen. Sechzehn. Du bist ein arrogantes, eingebildetes, unbescheidenes Stück Scheiße und nicht mehr. Junge, es kann nur einen Sinn geben. Einen und nicht mehr. Denn gäbe es zwei, wären sie tot, weil sie sich gegenseitig die Schwänze gelutscht hätten, bis sie verhungert wären. Achtzehn. Ich hab Respekt vor dir, weil du bist ein mutiger Helfer. Du bist gut darin, Behinderte zu betreuen und deshalb kommst du auch gut mit dir selbst. Das ist klar. 19. Ich hab keinen Respekt vor dir, weil du benachteiligt die über Jahre betreut hast und heute geschmacklose Witze reißt auf Kosten der Leute, für die du damals ein Freund warst. 20. Damit hast du deinen Fame geholt, doch dafür zahlst du auch einen Preis. Junge, wie fühlt sich das an, wenn der Wert deiner Punchlines den deines Daseins übersteigt? Hä? 21. Am Anfang hieß es bei dir Jokes over Bars und da gab's vieles zu lachen, aber richtig lustig ist es erst, seit du angefangen hast, Realtalk zu machen. Digga, bei deinem Rematch ging das krass ab, da gab's geklatsche von der Menge, obwohl für mich persönlich, Digga, ist dein Realtalk mehr Comedy als alles, was ich von dir kenne. Was redest du denn da für ein Scheiß, Alter? Calaratiada, Mallorca, Barista, Sachbearbeiter, Tschüss, mieseste Predigt, dir kann man echt nichts erzählen, dir nicht, das geht nicht, Junge, legt euch nicht mit Zinnik an, sonst kommt er vorbei und dem Nu ist der Sonnenschirm aufgespannt, eure Milch aufgeschäumt und der Papierkram erledigt. 22. Hast du ein Problem? Rede ich zu lange für dich. Ist doch ein Titelmatch, die Leute wollen was sehen, oder? Ich denke, das wird das unangenehmste für mich. Alles gut? Okay, na dann. 22. Digga, in Sachen Comedy Rap bist du in der Tat der King, aber ich lass mich bestimmt nicht von einem Clown ficken. Oder seh ich aus wie Harley Quinn? 23. Es gibt nicht einen ernstzunehmenden Battle-Rapper, der dich nicht ein Toy nennt. 24. Die Menge wird dich feiern, egal was du für Scheiße bringst, als wärst du ne Boyband. 25. Du sagst, deine Stimme klingt ohne Mikrofon zu quarkig. Tja. Das heißt, du bist ohne Mike einfach nichts mehr wert, vom Komplettsein meilenweit entfernt, deshalb versteckst du dich bei Rapper Mittwoch, denn Sicherheit ist hier gewährt. Du bist wie ein Polizist, weil ohne deine Dienstwaffe nimmt dich außerhalb deines Reviers einfach keiner ernst. 26. Junge, deine Round-the-Corner-Bars sind für mich schlicht eine Strecke, aber meine Round-the-Corner-Bars bringen dich um die Ecke. Yes! 27. Junge, ich suche bei dir. Nach Sinn für gute Reime, Wortspiele, wie Vergleiche, Technik oder Flow, doch ich finde nichts. Kein Wunder, dass du zwanghaft kreativ bist, Junge. Not macht erfinderisch. 28. Bitch, es ist mighty. Ich bin ein Teil der sagenhaften Gebrüder King und du bist noch lange nicht legendär, bloß weil deine Fähigkeiten ein Mythos sind. 29. Der Name ist Zinnik und das Wort Möchtegern sind praktisch und trennbar. Jetzt haben wir es endlich geschafft. 30. Du kannst versuchen, die Tatsachen zu verdrehen, aber die Fakten nicht ändern. Zeit, du Alpaffe! Schöne erste Runde von MyDemo und diesen beiden MCs. Kommen wir zur zweiten Runde. Hört genau zu, konzentriert euch. Okay. War eine geile Runde auch, war auch klar, dass es kracht. Just for the record, fünf Minuten gegen acht. So. Ist egal, mit den Zeitlimits klären wir alle später. Ich poste Sachen mit K1. Wer von uns beide teilt nochmal einen Post mit dem Merch von Kollegah? Weißt du selber ganz genau. Guck euch mal an, hä? Buh. Jetzt hören wir mal zu und streng dich bloß an mit deinem 80er IQ. Auf der Hip-Hop-Convention vor ein, zwei Jahren kam, ich nenne nicht den Namen von dem Gangster, jedenfalls dein damals engster Kollege aus deiner Crew, zu mir und meinte so, Realtalk, Zinnik halt da. Weißt du eigentlich, was MyTimo eigentlich beruflich macht? Weißt du, warum das sein Geld verdient, hä? Der Junge tickt mit Kilos. Und ich dachte mir, oui, yo. Aber wieso? Erzählt ihr mir das? Von meinen Kollegen geht auch keiner zu dem und sagt, ey, weißt du, was Zinnik macht, hä? Latte Macchiato und Cappuccino. Ich schwöre, ihr seid allesamt so saudumm und selten dämlich. Eure Dummheit ist omnipräsent und eklig. Vor allem, weil du deinen Drogenhandel in jedem Battle und Track erwähnst und bestätigst. Und warum der das jedes Mal so locker sagt? Kein Plan, kein Schwanz hat ihn nach seinem Job gefragt. Aber jetzt frage ich dich. Mittlerweile bist du ja, glaube ich, jemand, der im Büro auf der Arbeit sitzt. Ne? Okay, bist du jemand, der mit dem Presslufthammer auf den Straßen schwitzt? Wärst du gern jemand, der einen akademischen Grad besitzt? Ich glaube, der versteht die Frage nicht. Jetzt hör mal zu, du Spast. Kurz und knapp. Ich sag dir nun, du Sack. Die Frage ist, was deine kleine Tochter tut und macht, wenn man sie bald mal in der Schule fragt, was ihr Vater so beruflich macht. Hast du darüber nachgedacht? Ne, ne? Der Mighty Mo hat selber gesagt, er ist Straße. Mighty Mo ist so Straße, ey, gehört genau zu, geht dem nicht auf den Sack. Gassen sind dunkel, sonst hilft auch kein Pflaster. Stein, hart ist er, Mann ist am Munkeln, er verdient viele Grüne am Pillen. Ticken, fleißig mit Drogen, gibt immer Vollgas, aber ist altersmäßig wie ich, eher in der 30er Zone. Aber ist er wirklich von Anfang an Straße, so wie heißer Teer und ich eher Halteverbot, weil ich nicht in seinem Kreis verkehr? Yeah, yeah, denn ihr schießt Leuten in den Zeh, bla, Streifen, Polizisten, Kacken ein, denn ihr seid, wenn ihr Vorfahrt Gewehren nicht abgeneigt. Hör auf, verstehst du doch gar nicht, das ist zu hoch für den Doof. Ja, das ist zu hoch für den Doof. Versteht ihr alles gar nicht, die Hohle Marone. Aber Hauptsache halb Familienvater, halb Drogenbaron, ne? Und du bist ja auch von den Streets hier. Also hast du das mal abseits vom Image so betrachtet und es schien mir, als hat das Ganze mit Existenzgründen und mächtig Päcks ticken, sehr risikobehaftet. Hier, stell mal vor, du bist verhaftet. Mies, ne? Stell mal vor, dich nimmt bald mal die Gendarmerie fest. Deine Frau mit der kleinen Arbeiten kann denen nicht gehen. Mies, ne? Und scheiß mal auf Real und G jetzt, denn da das Fundament deines neuen Hauses auf krummen Geschäften aufgebaut ist, Bildsprache, du Opfer. Hör mal zu. Aber er hat recht gehabt. Mein Retalk-Papar war lächerlich. Denn ich hab selber kein Kind und ich hab auch kein Haus und ich hab auch keine Frau. Ne? Was bin ich denn Spaß? Hab ich nicht noch letztes Mal selber zu diesem schlechten Verlierer, zu Bong Biac, gesagt? Man redet nicht, man redet nicht von Dingen, von denen man nicht ein blassesten Schimmer hat. Dicker Krass. Dann rede ich am besten jetzt nur noch über Sachen wie Kissenschlacht oder Wissenschaft und du denkst trotzdem eventuell darüber nach, was väterliches Fehlverhalten mit der Psyche eines Kindes macht. Denn deine Kleine, du postest ja mal Bilder auf Facebook und Videos, deine Kleine, die ist so süß und so hübsch und auf Fotos, ich schwöre, die schaut nicht mehr dumm. Guckt mich nicht so an, ich weiß auch nicht warum. Denn die Fresse hat mit Alkoholkonsum ein Problem. Wir waren nämlich alle zusammen saufen, ey, beim Frauenfeld, cool da am Stehen. Aber wenn der voll ist, Alter, dann wird's richtig unangenehm. Kennt ihr das so unangenehm wie in der U-Bahn brechend voll mit Menschen dicht zu labern? Aber ehrlich, U-Bahn brechend voll mit Menschen dicht zu labern? Und jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, ich war in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal aggro. Aber ich muss mal ganz kurz hier eine Ansage machen. Ist auch in deinem Sinne. Das geht an K1, PA Sports, Lars Unlimited, sorry, Lars Abi. und die ganzen anderen Nasen. Wisst ihr, wie viele Bälle es die alle zusammen gemacht haben in den letzten zwölf Jahren? Ich sag euch, wie viele das waren. Eins. Es reicht mal langsam. Was ist hier los mit dem Mikrofon, Alter? Es reicht mal langsam. Komm, hört man mich noch so gut? Mach mal bitte das Mic hier auf der Videolauter. Digga, es reicht mal langsam. Kommt mal langsam ran hier. Und wenn ihr keinen Bock auf 800 Studenten, Müsli packt, ohne Realness und Rückgrat habt, Digga, tier ist der Macht. Es geht auch in eurer Stadt auf irgendeinem Parkplatz oder mit 100, 200 Leuten unter der Brücke ab. Leute wie wir machen Leute wie euch live zu Shkibab. Natürlich. Alles nur lyrisch gemeint. Wir wissen ja, dass ihr so einen krassen Rücken habt. Und ich sag euch nochmal was. Ey, kein Mensch hat Bock auf Battle Rap, den ihr im Studio 30, 40 Mal aufnehmt. Wenn man jetzt hier aufsteht, rausgeht und es mit Leuten wie uns aufnehmt und eure Ausreden, ja, ich hab voll viel zu verlieren, ich hab mehr zu verlieren als der, indiziert einfach nur, dass er innerlich schon von der Niederlage ausgeht. Hey, hör mal zu der zwei Minuten über sein Baby geredet. Was für Gegnerbezug hat. Zieh den Pulli aus, du Vogel, Alter. Ja, ist ja gut, ist ja gut, Alter. Und du willst auch irgendwann mal Musik machen, ne? Und willst mit der Musik irgendwas reißen? Derber Punk. Wie soll ich dir was erklären, Mann? Du denkst, du schaffst das nur mit dem Willen? Dicker, Forrest Gump war nur ein Film. Also pass auf, pass auf, Mensch Mo, gib dir selbst einmal eine Schelle. Du brauchst ne solide Geldeinnahmequelle. Du hast doch Koch gelernt. Ich komm aus der Gastro. Das schaffst du. Das sind nicht irgendwelche Höflichkeiten. Du warst aber bei der Bundeswehr in der Kampfzone. Das klappt Mo, das sind finanzielle Möglichkeiten. Start was, in dem du gut bist, was dir Spaß macht, für das du blutest. Nix widerliches. Du brauchst legitim in Kies für die Familie. Die verdienen ins Gewiss. Irgendwas reales, was dieb ist für dich. Und bevor du jetzt antwortest, ne? Musik ist es nicht. Schöne zweite Runde von Zinnik. Yeah! Hast du mal nen Hustenbonbon, Alter? Yeah! Junge, es ist kein leichter Weg, auf dem du hier zum Titel schlenderst. Junge, nach dem Battle wirst du Riesenblender den Kopf in den Sand stecken, wie ein Isis-Henker. Digga, du sagst es, ich bin ja sowas von Street und Gangster. Scheiße, schon ab nochmal, ja? Aber du, du bist ja einer von den Strebertypen, die damals Hausaufgaben in Geschichte liebten. Digga, du bist zwar nicht bei der MS-13, aber deine Herkunft steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber wenn du so wahnsinnig clever bist, Digga, dann frage ich mich, was ist denn da in der Hotbox gelaufen? Da hast du lieber ein Bier getrunken, anstatt mit den anderen das Ott wegzurauchen. Und bei deinem letzten Dreistil-Battle nennst du dein Gegner ein Opfer, weil er anfängt zu kiffen. Doch bist du das größte Opfer da draußen, denn wie kannst du sonst direkt im Anschluss zu ihm sagen, dass du jetzt schon Bock hast zu saufen? Mein Gott, ist das schlau. Kiffer sind also Opfer, ja? Na, da will ich dir mal verraten. Wie du siehst, baller ich mir zwar selbst gern ein paar Liter am Abend, aber bin ich so grenzdebil wie du Spaten, Digga, ich zieh auch am Rasen, weil Marihuana kommt selbst in der Klinik zum Tragen, denn es ist erwiesenermaßen die Antwort auf viele medizinische Fragen. Und das wussten schon in der Antike Schamanen. Aber Alkohol macht krank. Auf verschiedenste Arten führte den Tod oder tief in den Wahnsinn. Die Nieren, der Magen und die Leber nehmen riesigen Schaden. Außerdem sorgt er dafür, dass man gelegentlich Scheiße redet. Aber das brauch ich dir ja nicht sagen. Digga, Digga, Bob Marley, Snoop Dogg, Morgan Freeman, Steve Jobs, alles Opfer, ne? Peinliche Versager. Deine Vorbilder sind dann wohl eher Harald Junke, Jenny Elvers, David Hasselhoff und Mighty Peas Vater. Junge, es ist Zinnik, der noch nie einen Spliff qualmte. Du hast es nicht so mit Grünzeug, Digga. Die einzige Pflanze, die man mit dir in Verbindung bringt, ist die Gesichtspalme. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ne Predigt? Der Shit dauert schon ewig. Warum sagt er nicht einfach, dass Zinnik ein dummer, ignoranter Bastard ist? Richtig, darum geht es. Warum ich das Scheme hier bringe? Damit sind viele Dinge fix einfach erledigt. Denn indem er Alkohol befürwortet und mein Kiffer sind zu dämlich, sind vier Tatsachen gewissenhaft bestätigt und schlicht und widerleglich. Nämlich, du bist weder schwarz, noch bist du Hip-Hop, noch bist du klug oder hast doch nur in irgendeiner Weise Ahnung, wovon zum Fick du eigentlich redest. Junge Zinnik, du bist mit Abstand der größte Knecht hier im Land und genau deshalb hast du dich auch Mr. Respektlos genannt. Ich meine, bei der Merlin-Battle sagst du selbst, früher warst du ein angsterfüllter Mensch, bei den anderen warst du fremd und der ganze Kummerverdruss machte dich unterbewusst zu einem Punchline-Produzent. Ja, ist klar, Digga. Ich weiß schon, was das heißt. In der Schule warst du der hässliche, halbschwarze Strebertyp. Normal, dass die Kinder dich dissen. Deshalb hat bei X-Diaries auch dein String nicht gekniffen, weil schon damals haben dir deine Klassenkameraden deine Unterhose immer in die Kimmel gerissen. Aber vor allem psychisch haben dich die Attacken zerstört. Junge, deine Laufbahn im Battle-Rap lässt sich in vier Worten zusammenfassen. Die Rache des Mörds. Denn jetzt ist der Streber back, Alter. Und zeigt es allen. Wow. Hör mal zu, Junge. Damals hast du alles in dich reingefressen, weil du zu feige warst, das Maul aufzumachen, aus Angst, dass dich die anderen aus deinem Hemd schlagen. Und heute reißt du als Mr. Respektlos die Fresse auf, weil du genau weißt, hier auf der Bühne musst du für deine Worte keine physische Konsequenz tragen. Das heißt, egal, was er heute sagt, trotz allem werde ich Verständnis für diesen Mensch haben, denn er beleidigt eigentlich gar nicht mich, sondern all jene, die ihn sein ganzes Leben lang verletzt und gekränkt haben. Digga, du bist ein ganz armes Würstchen. Du bist einfach ein Opfer. Hörst du was ich meinen? Und ich höre nichts als einen Schrei nach Liebe, wenn du hier deine Runden bringst. Du kannst dämlich grinsen, aber das ist die Wahrheit und die ist hässlich, weil sie ist im Gegensatz zu dir meistens ungeschminkt. Junge, vielleicht bin ich ein weißes Stück Müll, das seine Chancen wahrlich versiebt hat, aber trotzdem habe ich das Gefühl, von uns beiden bist du der wahre Verlierer. Denn seit wann sagen studierte Sozialpädagogen bitte Sachen wie, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn? Hä? Was das denn für ein Move? Digga, das bist nicht du und das hat auch nichts mehr mit zynischem Sarkasmus zu tun. Warum kommt einer mit deinem Grad an Bildung mit solchen Fersen an Start? Digga, das verstehe ich nicht und das enttäuscht mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich meine, außer dass es Gossensprache in deinem Background nicht gibt, bist du für sowas viel zu nett und zu lieb. Junge, du klingst wie Alice Schwarzer, wenn sie King Orgasmus Once Texte vorliest. Sinek, du weißt genau, ich bin wie ich bin und es gibt hier genügend Leute, die das wissen. Warum sich einer erst eine Kunstfigur erschaffen muss, hab ich bis heute nicht begriffen und es ist mir auch egal. Verstehst du? Junge, fick dich selbst, du Bastard. Du und dein verdammtes zweites Ich, ihr seid für mich ein und derselbe Bastard und du zweitklassiger Clown, wagst es von mir auf die Kacke zu hauen. Digga, du bist wie ein Flüchtlingscamp. Du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Junge, vor wem willst du einen Atem schieben? Bist du fähig mit den gleichen Händen mit den Dullis paar Granaten kriegen, bis sie blutend auf der Straße liegen, abends deine kleine Tochter in den Schlaf zu wiegen? Ich glaube kaum. Junge, als mich die Bullen so zusammengeschlagen haben, dass ich einen Monat Blutscheiß, hast du dir am Strand von Maleröfter von anderen Männern einen wichsen lassen als Chiron in Moonlight. Zu der Zeit griff ich Geld steuerfrei auf der Straße ab, indem ich das Tasch streckte. Das heißt, obwohl du die High Heels getragen hast, hatte ich die höheren Absätze. Also, bitch, halt die Hackfresse. Fick nicht mit Meini. Sinek, du willst authentisch sein? Dann geh an den beschissenen Tresen und mix mir nen Kaipi. Aber ganz flott, bevor meine Faust dich mit einem Schwinger in dein Grab schlägt. Weißt du, was echt ironisch ist? Obwohl du beruflich Getränke ausschenkst, bin ich es, der auch im wahren Leben hinter seinen Bars steht. Also, Mr. Respektlos. Zeig besser mal Respekt, du kleiner Pisser, weil ich hab mit meiner Ehefrau ein Kind gezeugt. Du stehst hier vor nem echten Mutterficker. Zeit, du Mobbingopfer. Schöne zweite Runde von Meini Mo und diesen beiden MCs. Kommen wir zur dritten Runde. Konzentriert euch, hört genau zu, keine Gemurmel. Bitte konzentriert euch. So. 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 Junge. Junge, Bitch, this is mighty. Und ich sag dir, Bitch, lauf. Wie nennt man das, wenn es Sinnig sich ritzt? Schnittlauch. Junge. Ich bin wie ein Panzer. Was willst du dagegen mit einer Uzi reißen? Ich fahr meine Schiene so krass. Ich respektier nicht mehr beim Zug die Weichen. Ich bin so ein G. Ohne mich würde die alte Crew von 50 Cent einfach nur Unit heißen. Junge. Junge, das ist Rapper Mittwoch und jetzt gibt der Pimp Stoff und der Pimp vorhoff, dass ich dem Pisskopf keine an Skinbox. Pah. Ey. Ey. Ich brauch nur meine Hand und die schwarze Puppe tanzt. Gym Knopf. Junge. Junge, es ist mighty und ihr denkt euch, tschüch, ey alter Psycho jetzt. Ey, ich hab früher nie geübt für nen Test. Du wirst in zwei gesägt, nicht zeitgemäß, wie im Mittelalter ein Düsenjet. Also Ruhe, wenn der Hühne rappt, dich ohne Mühe von der Bühne fest, denn wenn es ne üble Tracht vom Prügel setzt, das Frühchen platt wie ein Bügelbrett. Und dann kriegt der Überdepp ganz im Rausch meinen Schwanz ins Maul. Süßer kleiner Wirkreflex. Na, da hätte ich mich beim Kehlen fick doch fast noch um mein Mühe verletzt. Ey, aber fahren überhaupt noch Züge jetzt. Warum? Morgen ist ein Rügenwalder Mühlenfest. Junge, Junge, es ist hochgradig peinlich. Ich schwör's dir, Real Talk, ne? Hochgradig peinliche Art. Ich hab nur eine einzige Frage an dich, ne? Wer hat dich eigentlich verarscht? Wer war's? Wer hat gesagt, nee, mach mal nicht Moritz, mach mal Mighty Mo, das klingt geil und auch hart. Wer hat dich eigentlich verarscht? Wer war's? Wer hat gesagt, ey, Dicker, vor deinem Parts und vor deinem Bass musst du immer sagen, dass du das bist, damit das den Leuten auch klar ist. Wer hat dich eigentlich verarscht? Wer war's? Wer hat gesagt, Goldkette, Goldzahn, Pip-Bull, Hip-Hop, Drogen, das haben bei uns einige dieser Stars. Wer hat dich eigentlich verarscht? Ja, wer war's? Und ich weiß, was du dir denkst. Hast du auch recht gehabt. Ich bin nicht so ein Tier wie du. Ich versteck mich aber auch nicht. Was für Pikabu. Dicker, ich komm nach Hannover, alles schnürt sich zu. Ich blamiere den Dud. Ich rasiere den Dud. Mit einem Killerplan in der Hinterhand. Ich kipp den Uso. Ich bin rotzevoll, aber ich trinke den Fusel. Er steht da mit einer Riesenkuh. Richtig viele Huls, so wie Ali Baba mit seinen 40 Räubern. Ich fühle mich wie Bushido. Ihr denkt, ich träume an. Nee, nee, ist gut. Ich gehe einfach nur stramm auf die 40 zu. Alles gut für YouTube. Weil wir beide, ne? Wir beide, ne? Wir beide, wir stehen auf Kriegsfuß wie Camouflage beim Markensportschuh. Wenn ich sage, die Flasche muss weg, dann ist das die altbekannte Glasentsorgung. Wenn ich sage, die Nutte gehört aus dem Verkehr gezogen, dann ist das die angewandte Straßenderordnung. Und wenn ich sage, du bist ein Hurensohn, dann ist das akkurate Ahnenforschung. Aber ey, für wen mache ich die ganze Scheiße überhaupt? Ich mache das doch nicht für mich. Digga, bei mir läuft du Spaß. Ich mache das für die Leute, denen du was bedeutest, Mann. Für Nidal, ohne den man dich gefressen hätte. Denn wenn du... Für Nidal, ohne den man dich gefressen hätte. Denn wenn du chokst, dann flüstert er dir deine Texte. Für deine Eltern. Flüstert er dir deine Texte. Für deine Eltern. Ihr Sohn redet wie ein Vogel. Schande. Denn so haben sie dich nicht großgezogen. Für deine Frau. Pech mit dem Ehemann. Für deine Tochter, die später nicht mal zählen kann. Du kannst nicht mal richtig reden, Mann. Geh mal zum Logopäden, Mann. Wäre ein scheiß Ende, habt ihr recht. Und dann machst du auch nicht Time, Time. Guck mal, nein. Sonst wäre es das dritte BMCL in Folge ohne eine einzige Mutterlein. Habt ihr noch Lust auf einen? Ja. Dann sagten wir jetzt alle ruhig. Nein. Seine Mutter zählt zur Volkerverständigung bei. Denn die fickt mit Kurden, Türken, Armeniern. Dem ganzen Osmanischen Reich. Eines Tages kamen alle Rassen zusammen vor ihr Haus und wollten sie durchficken. Doch als ihre Augen durch die Fensterscheiben durchblicken, schien sie raus. Normalerweise ja. Gar keine Sache. Aber heute geht nicht. Ich habe Bärbe, meine Tage. Doch die Kanacken fielen über sie her wie eine Plage. Nach drei Stunden kamen alle wieder raus und es gab nur noch eine offene Frage. War das mit der Periode gelogen? War das mit dem Blut oder schäbiges Gerede? Und seitdem gibt es das Sprichwort. Osmanen bestätigen die Regel. Time. Schöne dritte Runde von Finnick. Ey, also ich dachte eigentlich, im Titelmatch sehen wir über Mutterleins hinweg. Und deshalb mache ich keine. Aber wenn du das auch schon machst, ja fuck it, eine. Junge, ich dachte eigentlich, dass ich deiner dreckigen Hurenmutter die verkackte Scheide mit meiner Latte einfach krass zerreiße. Aber als ich das riesige, ausgeleierte Loch gesehen habe, brüllte ich nur, ach du Scheiße. 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 Bruder Nidal ist der Champ. Und wir sind keine Freunde. Das ist mein kleiner Bruder. Verstehst du? Wir sind von ganzem Herz ein Team. Also wenn du meinst, er ist besser als ich, kein Problem, bleibt alles in der Familie. Ich gönne es keine mehr als ihm. In Ordnung? Ey, und deine Parodie, Bruder. Das war super. Das war echt guter Shit. Ich danke dir dafür, weil das zeigt, Maidi ist eine Signatur an sich. Denn jemanden gekonnt zu imitieren, ist nur möglich, wenn die betreffende Person eine unverwechselbare Art an sich hat. Deshalb wird sowas ausschließlich mit Unikaten gemacht. Und jede Parodie von mir spiegelt nur wieder, was für eine unverwechselbare Art ich doch hab. Und deshalb ist dich zu imitieren auch eine Sache, die auf gar keinsten klappt. Ja! Digga, du merkst schon. Junge, es ist Zeit, dass dich endlich einer tief vergräbt. Und jetzt zeige ich dir die andere Seite vom Radieschenbeet. Ich bin keiner, der viel von Politik versteht, aber der folgende Vergleich ist so passend, wie es nur geht. Du bist hier zwar im Vorteil, doch das ist mein Gebiet, okay? Und ich werde weder in die Knie gehen, noch werde ich um Frieden flehen. Und wenn die Zuschauer das Kriegsgeschehen passieren sehen, greift keiner ein, doch alle gucken tief bewegt. Genauso wie wenn Israel mal wieder Palästina quält. Yeah! Und wo's mir grad um Palästina geht. Junge, ausgerechnet mein Kumpel Ben Salomo, der den ganzen Tag von True School quatscht und das zu seiner Berufung macht, hypt und pusht den Schwulen Spast, als wär er super krass. Warum zum Teufel tut er das? Er weiß genau, du hast mit Hip-Hop nie was am Hut gehabt, doch ihr zwei seid eine Bruderschaft, weil du probierst, dich in einem Bereich breit zu machen, in dem du absolut nichts zu suchen hast und damit machst du es verdammt nochmal ganz genauso wie das israelische Juden-Pak. Zinnik Netanyahu, jetzt triffst du Hamas. Junge, Battle-Rap ist von diesem invasiven Parasiten bedroht. Wenn wir nicht aufpassen, baut Zinnik bald eine Mauer und zieht seine eigenen Siedlungen hoch. Johnny, ich hoffe, du gibst mir jetzt kein Liga-Verbot, weil du mich auf ewig verdammst, aber es kann auch kein Zufall sein, dass der Name Samuel aus dem Hebräischen stammt, oder? Denn du wärst nie zu Ram gegangen, hättest du nicht von Anfang an ein paar Kröten abgekriegt. Erzähl mir kein Junge, vor paar Jahren hast du noch deine Ehre verhökert, als wär es nichts. Jetzt bist du auf einmal Battle-Rap-Experte und tust als gäb's nichts Größeres für dich. Du bist Fan von King of the Dud, aber bleibst trotzdem nur der König auf dem Strich. Yes! Junge, was willst du denn von mir? Junge, du hast Battle-Rap wie in der Schule studiert, du hast gut recherchiert, im Binu rumprobiert und dafür Papier und Ruhm abkassiert, aber ich hab lange Vorruhm und Papier bei Feuer über Deutschland im Ruhrpott rasiert, bevor du wusstest, dass diese Kultur existiert. Junge, bei deinem ersten Auftritt hat die Fege für ihren Job nicht gemacht. Mein Status im Battle-Rap ist wie die BMCLs in letzter Zeit. Dafür wurden viele Opfer gebracht. Aber ich weiß, dass Streber wie dich dieses Klischee nicht begeistert, doch ich mach das immer noch für meine Jungs. Rapper, DJs, Breaker und Writer, die seit einer ewigen Zeit aus Leidenschaft und nicht wegen Knete dabei waren. Ich weiß, du glaubst, dass ich in meinem Leben wenig erreicht hab, aber glaubst du auch, du bist bereit zu geben, was ich zu geben bereit war? Wir sind beide 34, ich bin seit zwei Jahrzehnten am Mic, du dagegen seit drei Jahren. Das heißt, wenn du mit 51 nochmal ein Titelmash machst, Digga, dann reden wir weiter. Bis dahin zahlst du mal deine Schulden, bezahl sie mit Tränenschweiß und bezahl sie mit Blut. Vielleicht verstehst du die Frage nicht, aber seit wann salutiert der Veteran vom Rekrut? Junge, ich sollte oben auf einem Podest stehen und du solltest mir von unten Tribut geben. Digga, was für sprich mit der Hand? Du darfst eigentlich nicht mal mit meinem Fuß reden. Meidi ist gebaut wie die Pyramiden, bedeutend und meisterlich. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das trotz seines Alters in seiner Form bis heute unerreichbar ist. Mit anderen Worten, ich scheiß auf dich. Digga, ich mach immer weiter. Ist das mit Mitte 30 verrückt? Ja, wahrscheinlich. Aber Rap ist mein Kamerad und ich lass keinen zurück. Digga, Rap ist mein alter Freund, der mir hilft getrost, an bessere Zeiten zu glauben. Für dich ist Rap ein Prominenter, mit dem du schnell ein Selfie machst, um es zu posten und damit Likes abzustauben. Aber was willst du denn groß erreichen da draußen? Junge, nichts. Mit jedem Battle überschreitest du Stück für Stück deinen Zenit und du machst, weiß Gott, zum Glück keine Musik. Und genau deshalb bin ich auf dem Mixtape von Kollegah, während du höchstens mal bei seinem Konzert eine Minute lang den Lückenfüller spielst. Und warum verschwendest du hier eigentlich deine Zeit, Digga? Was trödelst du rum? Du sagst doch selbst, im Gegensatz zu Battle Rap ist Comedy die größere Kunst. Das hier ist eh nicht dein Ding. Du hast eine Comedy-Karriere im Sinn. Du willst damit ein neues Leben beginnen, weil du gut darin bist, große Reden zu schwingen und das ist okay und nicht schlimm. Aber dann versuch mir nicht zu nehmen, was ich bin, weil dir ist dieser Weg nicht bestimmt. Und deshalb wirst du weder jemals sein King, noch kannst du gegen Maidi einfach mal eben gewinnen. Weißt du warum? Weil das hier ist meine Welt. Bitch, und du lebst nur darin. Junge, dieses Battle hat gezeigt. Du hast dich gut entwickelt und viel die letzten Jahre gelernt. Und selbst ein Vogel wie du schafft es sich mit viel Arbeit eine technisch halbwegs ausgereifte Passage zu klären. Du bist ein guter Entertainer und ein witziger Typ. Ja, das sag ich im Ernst, aber das war's und nicht mehr. Und wenn du jetzt anfängst und den harten Ich-bin-ja-lyrisch-so-begabten Film fährst, ist das der wahrhafte Scherz? Weil dann bist du nicht, was du sagst und was du sagst, klingt verkehrt, als hättest du gerade mal erst eine neue Sprache gelernt. Also zieh dir lieber weiter an den Haaren fiktive Szenarien her und gib deinen Fans, was sie erwarten, sonst sind deine Bars nichts mehr wert. Weil um dich so darzustellen, wie jemand, der Rap wahrhaft verehrt, fehlt dir am Ende des Tages das Herz, als ob du ein Organspender wärst. Und ich denke, damit wurde die Frage, wer der Beste ist, ein für alle Mal hier geklärt. Bleibt mir nur noch eins zu sagen, wenn man dir den Titel gibt, dann verarbeitet man damit den Ruf von Battle Rap wahrlich zu Kleinholz. Und wenn man mir den Titel gibt, Junge, dann ist er verdammt noch mal da, wo er sein soll. Zeit, du Hafensänger. Schöne dritte Runde von Mighty Mo und den beiden MCs. Berlin, macht mal Lärm für Silicon Mighty Mo. So. Das Gremium bespricht sich gerade. Ich denke, auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr geiles, krasses und sehr intensives Match. Also, ich hab auf jeden Fall genossen, Alter. Und die beiden Jungs, bevor es hier zu der Entscheidung kommt, verdienen auf jeden Fall noch mal ordentlicher Applaus von euch Berlin, Alter. Lasst mal was hören. Ja, hau rein, bitte, Alter. Ja, geht rein. So, die allererste, der allererste Vote kommt von Löh. Gib ihm mal ganz kurz einer eurer Mics. Ich muss es ja äh, quatschen. Ja. Lyriko. Ey Berlin, mach nochmal richtig Lärm für dieses Titelmatch. Ganz ehrlich, Jungs, egal wer den Titel jetzt mit nach Hause nimmt, ihr habt hier auf jeden Fall ein würdiges Titelmatch abgeliefert. Ihr seid beide Kings, ihr wisst ganz genau, wer ihr seid. Wer das hier kriegt, ist auf jeden Fall jetzt nur noch eine Entscheidung wert von Kleinigkeiten so. Und auf jeden Fall würde ich sagen, egal, ich habe bei der zweiten Runde von Mighty irgendwann auf die Uhr geguckt. Ich glaube, die erste Runde von Mighty war einfach wegen diesem herbelangen Rebuttal. Davor einfach erschienen die überlang und übermächtig. Ich glaube, seine wirklichen Runden gingen immer so fünf Minuten, ein bisschen mehr, sechs, sieben Minuten vielleicht. Und du hattest was vielleicht ein bisschen kürzer, kann das sein? Dachte ich auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall in dem ganzen Battle der autoritäre, der besser reibende und der besser durchdachte Mighty Mo. Let's go, Jungs. Erster Vote, Mighty Mo. Okay, so, also, genau, das wollte ich auch sagen, halt wegen der ersten Runde, also wegen dem langen Rebuttal, so, ähm, ja, auf jeden Fall. Hallo? Ist an. Okay, ich hab mir alles wirklich, äh, pfff, wie ihr wisst, ich hab mir alles wirklich, alles, äh, aufgeschrieben und alles miteinander verglichen und ich muss sagen, die erste Runde geht für mich an Mighty Mo. Die zweite Runde definitiv nicht an Mighty Mo, sondern an Cynic. Und die dritte Runde hab ich miteinander verglichen, hier und da. Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich, ich, ähm, heute hab ich, also, als objektiver Judge hatte ich, äh, vorher halt quasi Cynic als Favorit gesehen, weil ich dachte, okay, er hat halt manche Sachen, die er vielleicht eher nicht hat, aber Mighty Mo hat mich eines Besseren belehrt. Richtig krass, also, dieser, mein Punkt gilt an Mighty Mo. Zweiter Vote, Mighty Mo. Kommen wir zum dritten Vote. Gib mal bitte deinem Mikrofon direkt. Ey, aber großeres, Cynic, Alter. Große, krasse Leistung. Mike Fiction. Ähm, ich muss generell sagen, dass, ähm, ne, es ist Battle Rap und so ein Scheiß und wenn Battle Rapper bestimmte Sachen sagen, dann muss man sie nicht gut finden, solange das in dieser Kunstform stattfinden. Beide Rapper haben Sachen gesagt, die ich nicht so gut fand. Einmal diese, ständig auf diese Kinderkacke rumreiten und auf der anderen Seite diese Israel-Scheiße. Das ist alles so, persönlich mag ich sowas nicht, aber das ist ein Battle und hier geht es darum, wer der bessere Rapper ist. Ähm, ähm, für mich war die erste Runde Mighty Mo ganz klar. Mir ist es scheißegal, wie lange ein Rapper rappt, wenn er lange gerebuddelt hat, er war tight, er war ein Point, er hat delivered, man war die ganze Zeit da am Start. Er hat die erste Runde, die zweite Runde ging ganz klar an, ähm, Cynic, weil Cynic sehr geile Schemes gemacht hat, diese Verkehrsscheme und so war sehr gut. Die dritte Runde geht für mich auch an Meidi. Drei Punkte an Meidi. Okay, damit ist es ja eigentlich schon entschieden. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall viele Perspektiven, woher man es bei denen sehen kann. Ich hab auf jeden Fall, äh, mal ein anderes System versucht und einfach Punkte aufgeschrieben, anstatt die Lines aufzuschreiben, die mich überzeugt haben. Ja, ich seh's im Grunde genauso wie Drop so, das meiste wurde ja eigentlich schon gesagt. Äh, die erste Runde, äh, geht für mich klar an Meidi Mo, die zweite Runde klar an Cynic, die dritte ist so debatable auf jeden Fall. Ähm, teilweise hatte ich das Gefühl, dass Meidi die nicht richtige Strategie benutzt. Trotzdem hab ich auch von Cynic in der dritten Runde mehr erwartet, denn ich fand seine zweite Runde stärker als seine dritte. Aber der Abstand in der ersten Runde war größer und deshalb muss der Vote an Meidi Mo gehen. Vierter Punkt, Meidi Mo, der letzte Vote, Moorlog Dilemma. Yo, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Entscheidung und ich glaub, das ist eins von den Battlen, die man gerne hinterher nochmal bei YouTube anguckt und nochmal sich anschaut, ohne diesen direkten, äh, diesen direkten Einfluss zu haben. Ich denke, beides sind krasse MCs so, die in ihrer Liga oder in ihrem Bereich extrem on point sind, extrem, äh, die Spitze sind und ich glaube, derjenige, der heute Abend gewinnt, ist der, der sich aus seiner Komfortzone heraus bewegt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite jemand, der berühmt dafür ist, Punchlines on point zu bringen und auf der anderen Seite jemand, der die Psychoanalyse wie kein anderer beherrscht und für mich ist eins heute klar geworden, zumindest in dem Battle, dass Mighty Mo leider die Psychoanalyse besser hinbekommen hat und deswegen geht es auf seine Seite. Aber beide MCs, Spitzenklasse, die besten Battle MCs Deutschlands. Dann hat das Gremium eine Entscheidung getroffen. Ich denke, erst mal, die ganzen MCs verdienen hier erst mal noch mal Applaus, machen wir Lärm. Berlin, an dieser Stelle, an den zweiten Platz, groß Respekt, kurz ein Mikrofon, machen wir erst mal noch mal Lärm für Szynik. Ja, keine Ahnung, irgendwann muss das mal passieren, so, fühlt sich behindert an, ganz ehrlich, aber war leider verdient, muss man ehrlich sagen, Alter. Fuck, Bruder, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe nur gesagt, war leider verdient. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank für dieses Match und alle, die das möglich gemacht haben. Ich und alle, die heute hier waren. Junge, macht mal Lärm, was geht ab? So. Macht doch mal Lärm für Szynik. So. Dann hat dieses BMCL-Titelmatch einen Gewinner und sein Name ist Mighty Mo. Als allererstes gibt es für dich eine Siegerprämie von 1000 Euro, Alter. Seit wann ist denn der Tausender so groß, Bruder? Ja, du kannst das lesen, das ist das Wichtigste. Und wir haben eine geile Kette gemacht, Alter. Das ist die BMCL-Champion-Kette. Vielleicht... Wir haben einen neuen Champion in der KPMCL! Danke auf jeden Fall an Matchback, dass ihr uns geholfen habt, diese Kette umzusetzen und sie zu haben. Willst du irgendetwas zu deinem Sieg sagen, mein lieber Alter? Bruder, ich hab's schon gesagt. Bruder, ich hab's schon gesagt. Du weißt ja, ist doch nur Rap, ne? Ich weiß. Ich weiß. Und ansonsten hab ich dir alles gesagt. Ich freue mich, ich bin sehr stolz. Ich bedanke mich bei Cynic und allen, die das wirklich gemacht haben. In Ordnung, Alter. Ich bedanke mich bei jedem, der angereist ist, meinen Scheiß trägt. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute, die mich feiern. Ihr wart eine gute Crowd, Alter. Macht mal Lern, Junge. BAMS! Ladies and Gentlemen, willkommen bei Rapper Mittwoch. Willkommen in der Battlemania Champions League und bei unserem ersten Titelmatch. Wir haben hier Mighty Mo, wir haben hier Cynic, wir haben hier Dropdynamic aus dem Gremium. Lyrico ist auch da hinten und hier an meiner rechten haben wir Mike Fiction. Warum hier so viele Leute stehen? Tja, ich glaube, weil dieses Match krass war. Jeder irgendwie was dazu sagen möchte und wir jetzt mal einfach versuchen, in Kürze darüber zu reden, weil die Regie diese Anweisungen macht. Mal sehen, ob es uns gelingt. Mighty Mo, Digga, dieses Match war ja schon eigentlich angekündigt im Januar, wenn ich mich nicht irre. Februar. Und dann gab es erstmal gesundheitliche Situationen. Mussten wir auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Nun ist das Match vollzogen. Ihr hattet auf jeden Fall ausreichend Zeit, euch vorzubereiten. Du bist der BMCL Champion. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Explosion? Ja, Bruder, was soll ich sagen? Ich fühle mich gut. Was gibt es da noch zu sagen? Wie war deine Vorbereitungszeit auf ihn? Meine Vorbereitungszeit? Guck mal, ich hatte so einen, im dritten Vers, hatte ich so einen Part drinne. Ich habe eigentlich gedacht, dass Cynic sagt, du hast den Titel nicht verdient, weil ich bin in letzter Zeit aktiver gewesen und habe viel mehr gebattelt und so. Deshalb hatte ich da so einen langen Part drin, warum ich erkläre, warum ich das Match verschoben habe und was alles so bei mir passiert ist. Aber den habe ich dann rausgelassen, weil das kam nicht zur Sprache so, kam mir überflüssig vor. Ich kann halt nur sagen, die Vorbereitungszeit war lange. Ich hatte viele persönliche Dinge zu bewältigen, die mich da sehr beeinträchtigt haben. Am Ende habe ich mich sehr angestrengt und deshalb bin ich jetzt sehr stolz, dass ich das gewonnen habe. Cynic, wie ist es für dich gewesen? Du hast ja auch, glaube ich, genauso viel Zeit, dich vorzubereiten. Wie ist das Match jetzt für dich in deiner Retrospektive? Ich meine, sofern man das sagen kann, so kurz nach dem Battle. Ja, es ist scheiße gelaufen so. Er war besser als erwartet. Er hat, keine Ahnung, es war für im Februar angesetzt so. Ich hatte das da schon zwei Monate fertig. Dann ruft er mich halt an, erzählt Pipapo und dann ist das halt ein bisschen später. Dann sitzt du halt sechs Monate, sieben Monate auf so einem Text und irgendwann verlierst du auch das Gefühl dafür. Ich dachte, das wird reichen, so hat es nicht. Er hat zu Recht gewonnen, so und ja, ist ekelhaft. Ja, vor allen Dingen es ist halt eine 5-0-Siege-Serie, die damit dann das allererste Mal mit einer Niederlage am Ende bleibt. Wenn dann richtig, ne? So, ich frag mal Drop Dynamic, er war im Gremium, er hat sich das angeguckt. Ja, also es sind natürlich zwei Welten aufeinander gekracht und ich war echt gespannt, weil ich dachte erst mal am Anfang, okay, ich sehe leichte Vorteile bei Cynic und ja, im Battle-Verlauf, ich weiß nicht, also Mighty war besser als erwartet und Cynic war schwächer als erwartet, irgendwie. Also für mich war das halt so 1-1-1-1, war es erst mal nach beiden Runden und da dachte ich mir, okay, gut, jetzt muss Cynic auf die Kacke hauen, wenn er das gewinnen will. Und nach der dritten Runde dachte ich mir, okay, das war es jetzt schon oder wie auch immer. Also vielleicht waren die Runden auch ein bisschen kürzer, waren die auch, aber vom Inhalt her hat es mich mehr abgeholt von Mighty so und ja, also letztendlich, ja, es war ein krasses Battle, wie immer, sag ich immer, ich hätte Bock auf eine Revanche. Tja, darüber werden wir auch noch irgendwann sprechen. Ich frage mal kurz hier, Mike Fiction war auch im Gremium, wie hast du dieses Battle wahrgenommen, was deine Bewertung dafür? In der Bewertung ist es immer schwierig, weil es ein ziemlich hohes Level war. Schwierig ist natürlich auch, immer den moralischen Aspekt auszulassen, ja, wenn man Sachen hört, die man nicht mag oder so oder wo man nicht der Meinung ist und da muss man halt wirklich sich darauf konzentrieren, dass der bessere Rapper hier beurteilt werden muss und nicht, was der ein oder andere Rapper für unflädliche Sachen gesagt hat. Also das darf man halt nicht damit einfließen lassen. Aber ich bin überrascht, dass Mighty Moe mit seinem Real Talk so stark ist. Also ich habe selten Real Talk so stark erlebt. Das war schon krass. Also was für mich auf jeden Fall ein Faktor war, wieso auf jeden Fall dieses Match zu Recht an dich ging, war die Stärke bei den Rebuttals. Du hast da unfassbar lange Rebuttals ja Schemes fast so und das war echt krass das zu beobachten. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich glaube, das hat auch dementsprechend auch beim Publikum gezündet und nun hat Mike ja auch diese eine Sache angesprochen, ein ganz bestimmter Scheme mit einem ganz bestimmten Endwort, womit du dann am Ende geendet hast. Judenpack. Das ist für mich absolut rassistischer Begriff. Da haben jetzt auch einige hier, mit denen ich so, die mich dann angesprochen haben, definitiv darauf hingewiesen so, dass es eigentlich ihrer Meinung nach in der Ethik auch im Battle Rap, obwohl wir sagen, es ist doch nur Rap, am Ende des Tages steht noch über ist doch nur Rap unser Hip-Hop-Ding und Hip-Hop hat eine Ethik und dazu gehörst du ja auch und das scheint hier bei einigen und auch bei mir, da möchte ich mich davon distanzieren und auch unsere Plattform davon distanzieren, äh, sorgt das für unangenehme Gefühle. Was kannst du dazu sagen? Ich kann nur sagen, ich weiß leider nicht, was Ethik bedeutet, das Wort, aber natürlich verstehe ich, was du meinst, so und ich kann dir dazu noch sagen, was ich dir auch schon vorher gesagt habe, Bruder, ich habe einfach eine Karte gespielt, die in meiner Hand lag und das war die Rassistenkarte, so und ich erwarte nicht, dass, äh, äh, ich dafür Verständnis kriege oder so, sondern, also wer mich kennt, der weiß, Junge, ich schere niemanden über einen Kamso. Beispielsweise diese ACAB-Geschichte, da stehe ich auch nicht hinter. Keine Gruppiergerungen, wer auch immer sein mag, schere ich über einen Kamso, bla bla bla. Das war einfach nur eine Karte, die ich gespielt habe und sonst nichts. Frage ist, ob diese Karte nötig gewesen ist. Da könnt ihr euch darüber eine Meinung erlauben. Wer will noch was sagen? Soll ich noch sagen, wie ich das Match empfunden habe? Gerne. Ähm, ich habe es so gesehen, Cynic, ich habe auf jeden Fall viel, äh, ich halte viel von Cynic und ich glaube, äh, er war heute viel technischer, er hat viel, ähm, saubere Reime gehabt und damit ist jetzt diese ganze Diskussion, dass Cynic auch vielleicht, äh, gar nicht der beste Rapper ist oder sowas, jetzt ab sofort vom Tisch, finde ich, Alter, weil er hat nämlich auch ein bisschen Technik ausgepackt und auch mal gezeigt, dass er das kann so. Trotzdem, Mighty war einfach so viel bedachter und hatte so viel mehr Angles als ich, ähm, als Cynic das irgendwie gemacht hat, so. Cynic hat viel, die erste Runde, so, äh, das mit seiner Freundin habe ich auch überhaupt gar nicht gecheckt, warum er gerade, gerade du das nötig hättest, so, äh, ne, mit seiner Tochter, weißt du, äh, warum du das nötig hättest, das bräuchtest du eigentlich überhaupt gar nicht, so. Ich weiß, du wolltest auch fast hinaus, aber das kam, hat nicht so gezündet. Ich finde trotzdem ein würdiges Titelmatch und beide haben gut abgeliefert, damit das mal zum Ende kommt, Ja, der Meinung bin ich auch. Ich fand das Match auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde halt auch, ich hätte dir echt meine Punkte auch gegeben. So, ich fand halt irgendwie, in allen Runden irgendwie was zu überlegen. Das hat, äh, Cynic ja auch bestätigt und, äh, was dann am Ende des Tages für jeden Einzelnen irgendwie die Dinge waren, die einem dazu gebracht haben, die Sache vorne zu sehen. Das können die Leute selber entscheiden. Was Ethik ist, könnt ihr gerne nachschlagen. Kannst du auch übrigens tun. Ja, sollt ich mal machen. Du hast das Wissen der Menschheit in deiner Tasche, sofern du ein Smartphone hast und ich finde, ist doch nur Rap, ja, aber es heißt nicht, dass es nicht Teil von Hip-Hop ist und Hip-Hop hat eine Ethik und Rassismus oder einzelne, ich sag ja nicht mal Schemes oder sowas, ja, Schemes oder irgendwelche Kontexte ist eine Sache, aber einzelne Begriffe, die sich, egal wie sehr man sie zitiert, nicht außerhalb des Rassismus bewerten lassen, haben meiner Meinung nach im Battle Rap nichts verloren. Obwohl es es doch nur Rap heißt. Aber ey, ich glaube, Battle Rap in Deutschland befindet sich immer noch in den Kinderschuhen und damit wir uns darüber bewusst werden, das ist genau vielleicht jetzt die Zeit, dass wir darüber nachdenken, weil wir wollen noch nicht, dass Deutschland oder überhaupt allgemein Battle Rap dazu beiträgt, dass in Deutschland solche Begriffe oder auch andere Begriffe, ich rede nur von einzelnen Begriffen, zum Mainstream werden. Das ist meine Meinung, ihr könnt mich haten, ihr könnt irgendwie was schreiben, aber ich sehe das genauso bei allen anderen Gruppierungen, die nicht meine persönliche betreffen. Juden, Schwarze, Türken, Deutsche, Araber, das Wort Drecks davor will ich in keinem Battle Rap persönlich sehen und ich hoffe, damit wird es auch ein Ende haben. Untertitelung des ZDF, SURPRISE,